Herzlich Willkommen liebe Clasher bei einer weiteren Folge Clash Royale mit mir, dem Thorsten. Was wollen wir heute machen? Wir wollen heute erstmal einen ganzen Haufen von Truhen öffnen. Ihr seht, ich habe auch eine Riesentruhe mit dabei und wir haben aktuell wieder eine Clantruhe zu füllen. Ich will mal eben um ein paar Truppen betteln und dann würde ich sagen, fangen wir hier beim Kistenöffnen einfach mal an. Wir fangen hier bei den Gratiskisten an, mal sehen, ob etwas dabei ist, was wir richtig gut gebrauchen können, vor allen Dingen bei uns im aktuellen Deck. Das sieht noch nicht so nett aus, dann machen wir mal rechts, links, rechts, links, rechts. Fangen wir rechts an. Okay, es gibt zumindest immer mal so einen Haufen Gold mit dabei, sodass ich auch mal wieder etwas upgraden kann. Jawohl, die habe ich eben noch gefordert, die kann ich gut gebrauchen. Dann haben wir jetzt hier die Gold-Truhe. Mal schauen. 13 Stück davon, das ist gut. Ofen ist auch gut. Oh, okay, den Bäcker. Irgendwann werde ich ihn sicherlich auch einsetzen. Und jetzt die Riesentruhe. 1.500 Donnerwetter. Okay, Bombenturm. 19 Mal den Elixiersammler, so heißt der. 209 Verbaren. Oh, das ist natürlich nett. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich rein in den Kampf. Wir wollen ja mithelfen, dass unsere Clan-Truhe voll wird. Ihr seht, ich bin noch nicht abgestiegen. Immer noch Arena 7. Und immer noch das gleiche Deck. Aber ich habe den Rambock auf Level 5 hochgebracht. Das konnte ich mir noch gerade so leisten, weil ich auch extrem viel gespendet habe. Ah, so einen Hütten-Spermer, den kann ich natürlich gut ab. Aber ist nicht ganz so tragisch. Wir kontern mal beidseitig mit Hexen. Und mal gucken, was er sich dagegen einfallen lässt. Gegen zwei Hexen auf einmal. Eine rechts, eine links. Okay. Okay, da ist er damit durch. Dann nehmen wir hier schon unseren Rambock. Wir holen das Fass hinterher. Jawohl, das sieht gut aus. Und dann haben wir seinen rechten Turm schon ein bisschen angeschlagen. Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren hier. Damit das hier jetzt nicht so heftig wird. Und ja, das sieht gut aus. Pass mal auf. Wir ziehen noch mal einen Drachen hinterher. Und das ist auch nicht so schlimm. Ziehen wir die Kobolde hinterher. Mal gucken, ob wir jetzt schon was von seinem Turm kriegen. Ah, immer noch nicht ganz. Okay. Die schmeißen aber jetzt noch zwei, dreimal. Jawohl. 265. Das sieht gut aus. 215. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, wir bleiben auf der rechten Seite. Da haben wir ja wirklich nicht mehr ganz so viel zu machen. 3,3. Ich warte mal eben, bis ich sechs habe. Dann kann ich nämlich das Koboldfass nehmen. Und kann... Ich ziehe gleich mal einen Wirbel hinterher. Egal, was da kommt. Jawohl, das sieht gut aus. Komm, Hexe. Jawohl. Da haben wir ihn. Das ist schon mal der eine gewesen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch verteidigen, sodass wir wenigstens einen bekommen. Kurz mal einen Spiegel gezückt. Und nochmal mit dem, dass der auf Level 1 hier nicht ganz so stark durchkommt. Aber das wird er auch nicht. Und unser Turm ist ja hier recht angeschlagen. Den verteidigen wir jetzt einfach noch die letzten 40 Sekunden. Okay, da kommt er mit dem Pekka. Den kann ich natürlich nett kontern. Und... Ah, da ziehe ich mal die Skellis hinterher. So, da kann der sich nämlich gar nicht so großartig wehren. Rambok und Kobolde auf der anderen Seite mal dahinter. Okay, da hat er das. Dann ziehen wir hier aber mit Drachen nach. Und einmal richtig mit vielen, vielen Skellis. Und dann gucken wir mal Kobold fast noch. Ja, das wird in jedem Fall... Schafft er mein Turm nicht. Ja, tolle Folge. So liebe ich das. So kann das immer anfangen. Wunderbar. Richtig krass gemacht. Und eine Truhe dazu gewonnen. Silbertruhe, die machen wir gleich auch, weil wir im Moment gar keine Kiste haben. Und drei Stunden ist ja auch nicht gerade super lang. Vielen Dank an meine Clan-Freunde, die mir schon die Lakaien jetzt wieder richtig reinpumpen. So, zweiter Kampf. Level 8 Gegner. Und wir fangen mal nicht an. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden bei Clash Royale. Lasse den Gegner erst mal mit irgendetwas kommen und gucke mal, was er so im Deck hat. Ja, das ist ja manchmal dann auch nicht so unwichtig, dass man mal weiß, was hat denn der Gegner eigentlich? Okay, der Gegner hat zumindest diesen Feuerball. Den muss er jetzt schon zweimal schmeißen. Und wir sind aber schon an seinem Turm dran. Das ist nicht schlecht. Also, ich fand das jetzt schon relativ gut. So, den pusten wir mal weg. Und jetzt muss er sich erst mal drehen. Er kriegt jetzt die ganze Zeit Beschuss von meinem Turm. Ja, so sieht das erst mal entspannt aus. Noch entspannter. Ich glaube, er hat noch nicht alle Karten ausgespielt. Und ich natürlich auch nicht. Aber mal schauen, wie wir den knacken können. Ich denke mal, wenn wir außer Luft kommen, ist er nicht so gut aufgestellt an der Stelle. Wir ziehen die Hexe mal davor, weil der wird uns ganz sicher wegbraten. Und kommen mal mit dem Fass hinterher. Weil den müssen wir möglichst lange aufhalten, den Kollegen. Sonst brät er uns nämlich ruckzuck hier einen ganzen Turm weg. Und die muss ich jetzt beide mal wegpusten. Das geht nicht anders. So, das sieht ja so richtig nahe. Kommt er mir da nicht. Wir haben 1.348. Ich hatte ja gesagt, der ist in der Luft nicht so gut aufgestellt. Komme ich gleich mal wieder mit dem Drachen. Und ich denke, ich hole den... Ah ne, den hole ich nicht aus dem Spiegel raus. Wir haben uns ja jetzt schon so ein bisschen auf die rechte Seite festgefressen hier. So, wir nehmen mal die hier rein. Dann ist der Große erst mal abgelenkt. Der darf auf gar keinen Fall durchkommen. Das wäre ganz fatal. So, jetzt haben wir hier einen Fass. Und hauen hier den Wirbel mal rauf. Dann kann der nicht ganz so nah da dran. Und... So, den müssen wir hier machen. Den bringen wir da. Dann haben wir gleich zwei mit dabei. Bringen hier... Oh nein, wie konnte das passieren? Wie konnte das nur passieren? Okay. Der muss weg. Der muss nach hinten. Der muss nach hinten, damit ich an den Turm komme. Nein, ich komme nicht mehr dran. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof gewesen. Kampf endet in 10 Sekunden. Dann ziehen wir hier nochmal einen Rambock rein. Kommen nochmal mit dem Fass. Aber ich denke mal, es ist zu spät. Es ist zu spät. Ja. Nein, wir haben es noch geschafft. Eieieiei. Wir haben es noch gepackt. Donnerwetter, Donnerwetter. Das ist natürlich richtig krass. Dass wir den noch gepackt haben, ist natürlich super. Und... Der darf auf gar keinen Fall rankommen. Also das ist jetzt oberstes Gebot, dass der Inferno-Drache nicht mehr rankommt. Ah, wir sind gut an seinem Turm. Donnerwetter. Das ist schon mal nicht schlecht. So, da kommt er immer mit dem ollen Fass. Da können wir aber gegenhalten. Und... So, jetzt hauen wir hier in die Vollen rein. Der muss weg, der muss nach hinten. Komm, 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 komm. Ah, das war doof gesetzt von mir. Ist aber nicht so tragisch. Wir ziehen hier gleich die zweite Hexe hinterher. Dann ist der erstmal richtig gut beschäftigt. So, noch steht es hier 1-1. Nochmal das Fass hinterher. Und... Okay, 1-1, das können wir so stehen lassen. Und ich würde sagen, wir belassen es mal bei der Folge. Ihr habt gesehen, ich bekomme ab und zu auch noch einen Anruf rein. Den muss ich jetzt auch mal annehmen. Aber... Das sieht ganz gut aus. Wir haben 2 Kronen im Moment reingespielt. Ich würde sagen, ich bleibe dir die nächsten 1-2 Tage am Ball. Und dann seht ihr, wie es hier weitergeht. Euer Toto... Kleinst. Vielen Dank.